Die Reiseentscheidung und Planung beginnt immer häufiger bei Suchmaschinen wie Google, das sich mittlerweile zum Weltmarktführer im Suchmaschinenmarkt etabliert hat. Ein Großteil der Suchanfragen kommt bereits über Smartphones und andere mobile Endgeräte. Angebote wie Google My Business, Bewertungen auf Google Maps und Google Ads bieten insbesondere kleinen Unternehmen zielführende Möglichkeiten, diesem Trend zu begegnen. Davon haben auch Paula und André gehört, die sich vor kurzem in einem Küstenort in Schleswig-Holstein mit einem kleinen Fahrradverleih selbstständig gemacht haben. Sie möchten als neues lokal ansässiges Unternehmen mehr Sichtbarkeit bei Kunden bekommen, die vor Ort nach möglichen Freizeitaktivitäten suchen und so ihren Fahrradverleih bekannt machen. André nutzt zur Suche nach passenden Informationen zu diesem Thema auch die Suchmaschine Google und findet schnell ein für ihre Bedarfe maßgeschneidertes Weiterbildungsangebot. Das Projekt Tourismus 4.0 in Schleswig-Holstein und den darin enthaltenen Kurs Digitale Vermarktungsmöglichkeiten für lokale Unternehmen. Online- und Mobile-Marketing-Experte Attila Wohllebe vermittelt in diesem kleinteiligen, vierstündigen Kurs die relevanten Inhalte, darunter konkrete Instrumente und Methoden im Online-Marketing zur Nutzung in lokal agierenden Unternehmen. Paula und André freuen sich sehr über das Angebot, das verspricht, dass sie die erlernten Inhalte für sich und ihr Unternehmen adaptieren und anwenden können. Als Vorwissen wird nur ein Interesse am Thema Online-Marketing vorausgesetzt. Denn die Teilnehmer erhalten zu Beginn noch eine grundlegende Einführung vor dem Hintergrund Online-Mobile-Local und verstehen danach die Relevanz von Online-Marketing für ihr Unternehmen und analysieren ihre eigene Website mit Blick auf die speziellen Anforderungen im lokalen Kontext zu optimieren. Google spielt dabei als sogenannter Gatekeeper, wie bereits festgestellt, eine elementare Rolle. Die Teilnehmer werden daher im Kurs in die unterschiedlichen Produkte der Firma Google eingeführt, sodass sie letztlich die für sie passenden Auswählen und grundlegend nutzen können. In dem Kontext fällt immer häufiger der Begriff der strukturierten Daten und des globalen Datenstandards Schema.org. In einem kurzen Exkurs erfahren Paula und André, was genau dahinter steckt und identifizieren potenzielle Anwendungsfälle für strukturierte Daten, um auch diese für ihren kleinen Fahrradverleih mithilfe von Schema.org umsetzen zu können. Durch das neu erworbene Wissen ergeben sich vielversprechende Chancen zur Stärkung ihrer lokalen Präsenz, auch in Verbindung mit geeigneten Online-Plattformen als Multiplikatoren, wie zum Beispiel TripAdvisor. Dabei werden praxisbezogene Tipps und Hilfestellungen für die Identifizierung der passenden Kooperationspartner gegeben. Nach der Teilnahme am Kurs, den Paula und André aufgrund der flexiblen Abrufbarkeit und der kurzweiligen Sequenzen gut an einem Tag am Wochenende bequem vom Sofa aus absolviert haben, sind sie gewappnet für ihr Vorhaben der Stärkung ihrer lokalen Online-Präsenz. Durch die Umsetzung der gelernten Inhalte konnten sie schon viele neue Kunden gewinnen und den Bekanntheitsgrad ihres Unternehmens innerhalb kürzester Zeit enorm steigern. Möchten auch Sie mehr über die Chancen, die sich durch digitale Vermarktungsmöglichkeiten ergeben, erfahren? Dann melden Sie sich jetzt für die kostenfreie Probephase bis Dezember 2019 an. Nähere Informationen, viele weitere Kurse und den Weg zur Anmeldung finden Sie unter www.oncampus.de slash t40.